Nein, auch wenn es vielleicht so ausschaut. Das hier ist nicht der nächste Call of Duty Ableger, sondern Ghost Recon Future Soldier. Der neueste Teil der Taktik-Shooter-Reihe kommt mit zahlreichen Skriptsequenzen, fetten Explosionen und wilden Verfolgungsjagden zwar deutlich actionlastiger daher als seine Vorgänger, schleichen dürfen wir aber trotzdem noch. Wir haben das Ghost Team auf seinen gefährlichen Einsätzen begleitet und verraten, wie viel Taktik in Ubisofts neuestem Shooter-Streich noch drinsteckt. Nicaragua, Mittelamerika. In der nahen Zukunft. Bei dem Angriff auf einen Fahrzeugkonvoi stößt ein Ghost Team auf eine größere Waffenlieferung. Ziel der Kolonne? Die Südgrenze der Vereinigten Staaten. Mit an Bord des Trucks? Ein hochexplosiver Sprengkopf unbekannter Herkunft. Es kommt, wie es kommen muss. Während das Einsatzteam versucht, die Bombe zu sichern, wird der Zündmechanismus ausgelöst und die komplette Ghost-Truppe von der gewaltigen Explosion ausgelöst. Weg hier! Weg hier! Los! 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 Als Mitglied eines neu formierten Ghost Teams werden wir um den halben Erdball gescheucht, um den Vorfall aufzuklären und um die Drahtzieher hinter dem Anschlag ausfällig zu machen. Doch wie so oft verbirgt sich hinter der Tat ein weitaus größerer Konflikt, der sogar die internationale Sicherheit bedroht. Wir sind bereit, Sir. Dann los. Holen Sie sich diese Huren-Söhne. Details auf Ihren MRTs. In der Rolle des Rookies Kozak ziehen wir als neues Mitglied der Ghosts, begleitet von den Kollegen 30K, Ghostlead und Pepper, in den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten. Future Soldier trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Während der Einsätze können wir auf verschiedene futuristische Spielereien und Gadgets zugreifen, die uns den Ghost-Alltag angenehm erleichtern. Da wäre zum Beispiel die Aktiv-Tarnung, die unser Team nahezu unsichtbar werden lässt, solange wir uns langsam fortbewegen und keine Schüsse abgeben. Kommen uns Gegner oder Zivilisten aber zu nahe, fliegt die Tarnung auf. Um den Feinden nicht unvorbereitet in die Arme zu laufen, analysieren wir das Gebiet vorher mit unseren Sensorgranaten. Ein Wurf ins Zielgebiet genügt und schon sehen wir alle Gegner im Areal, auch durch Hindernis hindurch. Insbesondere bei verdeckten Operationen ist der Simultanabschuss unverzichtbar. Bis zu vier der mit der Sensorgranate aufgespürten Feinde lassen sich auf Knopfdruck markieren. Jedes unserer Squad-Mitglieder sucht sich dann automatisch ein Ziel, geht in Position und wartet auf unseren Abschussbefehl. Sobald auch unser Ziel in Sichtweite ist, drücken wir ab und unsere Kollegen feuern zeitgleich auf ihre Ziele. Komfortabler und unauffälliger lassen sich größere Feingruppen kaum erledigen. Wer es noch unauffälliger mag, kann gefährlich Areal auch vorab mit einer ferngesteuerten Drohne auskundschaften, um sich einen Überblick zu verschaffen und seinen Angriff zu planen. Auch aus der Drohnenansicht können wir Gegner für unser Team markieren, um mehrere Feinde durch den Simultanabschuss auszuschalten. Währenddessen können wir in sicherer Entfernung faulenzen. Doch das Baby hat noch mehr Auflage. Um an den Rotoren vorbeizukommen, bedienen wir uns eines einfachen Tricks. Zunächst steuern wir die Drohne durch den kleinen Schacht auf die andere Seite. Suchen dann den Verteilerkasten, der sie mit Strom versorgt. Und zünden nach der Landung einen akustischen Impuls, der die Stromversorgung der Propeller lahmlegt. Der Weg ist frei, es kann also weitergehen. Okay, Bewegung bleiben. Mit diesem Schockimpuls lassen sich aber auch Feinde ablenken. Albern ist nur, dass wir unsere Drohne hier völlig ungestört mitten in einem Raum voller Gegner platzieren können, ohne, dass jemand Notiz davon nimmt. Sei's drum. Wir zünden den Impuls, steigen durch das Dachfenster ein und schalten die überraschten Feinde aus. In Ghost Recon Future Soldier geht es aber nicht immer so taktisch zu. Der fette Kampfroboter, mit dem unser Kollege hier herumblödelt, steht uns bei einer Mission in der Antarktis mit Granaten und fernlenkbaren Raketen zur Seite. Der intelligente Stahlkoloss läuft selbstständig über das Schlachtfeld. Über unser Hut zielen wir mit seinem Granatwerfer auf anrückende Feinde, Hubschrauber und alles andere, was uns im Weg steht. Das spielt sich deutlich actionlastiger als die Leisetreter-Mission mit Sensoren und Co., ist aber nach dem ganzen Herumgeschleiche eine willkommene Abwechslung. So verteidigen wir in einer anderen Mission einen Flugzeugbrack vor anrückenden Gegnern, holen schwer bewaffnete Kampfhubschrauber vom Himmel oder fordern in besonders brenzligen Situationen einen massiven Luftschlag an, der ganze Feinverbände pulverisiert. Diese sehr actionreichen Passagen erinnern eher an die explosiven Skriptsequenzen aus Call of Duty und werden Hardcore-Strategen wohl kaum aus der Reserve locken. Trotzdem, Future Soldier verkommt dadurch nicht zur simplen Schießbude. Ubisoft hat die flotten Gefechte und taktischen Einsätze in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht. Kaum haben wir Jeeps, Hubschrauber und Flugzeuge zu Klump geschossen, schleichen wir mit unserem Ghost-Team wieder vorsichtig über Häuserdächer und legen mit dem Scharfschützengewehr auf Gegner an, um diese lautlos auszuschalten. Auch wenn diese taktischen Passagen durchaus Spaß machen, sind die Abläufe meistens dieselben. Gegner suchen, markieren, Simultanschuss auslösen und das Feld ist sauber. Schwieriger wird's nur, wenn wir es mit mehr als vier Gegnern zu tun bekommen. Schade ist zudem, dass wir keine direkten Teambefehle mehr erteilen dürfen. Die KI-Kollegen bewegen sich selbstständig durch die Areale, gehen in Deckung und suchen sich die beste Position, um ihr Ziel zu eliminieren. Wer selbst an eigenen Taktiken feilen möchte, ist auf den Simultanabschuss beschränkt. Wenn wir auf unsere KI-Kameraden keine Lust mehr haben, können wir die komplette Kampagne aber auch im Koop-Modus mit bis zu drei Mitstreitern angehen. Löblich. Auch wenn die Charaktermodelle und Animationen ganz ordentlich ausschauen, fällt Ghost Recon Future Soldier bei den Umgebungstexturen deutlich ab. Das hängt allerdings auch ganz vom gespielten Level ab. Die Holzbalken hier sind verwaschen und auch die Bodentexturen sind niedrig aufgelöst. Dafür läuft Future Soldier jederzeit flüssig. Ruckler sucht man vergebens. In den kargen Wüstenregionen sieht es da schon etwas besser aus. Die Texturen, insbesondere an Häusern und Mauern, sind deutlich knackiger. Zwar hat Future Soldier stellenweise mit Kantenflimmern zu campen, die unschönen Treppchen fallen allerdings nur bei der Vegetation wie dem Baum im Hintergrund störend auf. Die Explosion und Raucheffekte gefallen uns hingegen sehr gut. Pluspunkte gibt es auch beim Ton. Soundeffekte und Umgebungsgeräusche sind stimmig und der dezente, teilt minimalistische, aber stets passende Soundtrack sorgt für die richtige Stimmung auf dem Schlachtfeld. Ja, Ghost Recon Future Soldier ist deutlich actionlastiger als seine Vorgänger. Wer eine knallharte Taktik-Shooter-Simulation sucht, ist hier definitiv falsch. Trotzdem hebt sich Future Soldier durch den gelungenen Mix von Schleicheinsätzen und ordentlich inszenierter Action angenehm vom Shooter allerlei ab. Mehr Interaktionsmöglichkeiten mit dem Squad über Teambefehle und Co. hätten dem Spiel aber sicher gut getan. Power is nothing without control. Selbst mit der Bestenkeit.